Diese Diktator kommt sich so hart vor, doch er ist out, ja so out, wie sein Schnauz, 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 ganz weiß Russland. Zack, mach mal Schluss, Mann, du gehst uns allen auf den Sack. Hau ab, hau ab, rufen die Arbeiter vor dem Werk eines staatlichen Fahrzeugherstellers in Minsk. Mit den Zahlen, bei den Wahlen, nahm er's wieder mal nicht so genau, nau, nau. Auch wenn's zu gut klingt und nach Betrug stinkt, das war ihm immer scheißegal. Der Typ, der freut sich seit 94. Doch Belarus, Belarus sagt jetzt Ciao, 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 er sagt ihr Dreckspack, euch sperr ich weg, zack. Und knüppelvolle Kanne drauf. Die Freigelassenen berichten von Folter und Schlägen, zeigen die Spuren der Misshandlungen. Doch jetzt ist Sense, er ist am Ende. Er hat echt schon genug Scheiß gebaut, baut, baut, du dicker Macker. Mach dich vom Acker, Belarus wünscht gute Fahrt. Mach dich vom Acker, Belarus Untertitelung des ZDF, 2020